So, willkommen zu einer neuen Folge Pokemon Go und wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet. Eigentlich wollte ich erst ein kleines Video machen über diese komischen Mini-Events, die dann stattfinden da von 7-Eleven, dieses japanische, dieses Verison-Event irgendwas, eins in Mexiko, eins in Amerika direkt, irgendwo dort, ja, eins in Japan, aber eigentlich ist das eh nichts besonderes, die meisten können da eh nicht teilnehmen, die da gerne trotzdem teilnehmen möchten. Können wahrscheinlich trotzdem auch nicht teilnehmen und deswegen ist es eigentlich auch wurscht, wenn es soweit ist. Wir gucken, vielleicht schaffen wir es ja sogar eins davon zu übertragen oder zu streamen. Julchen ist da noch dran und guckt sich da mal um, wenn, dann werdet ihr das natürlich erfahren, aber es gibt eh nichts besonderes, außer das Highlight. Shiny Ibuli, wuh, lese ich bei allen drei Events, ist auf jeden Fall richtig heftig, ne, hatte ja einen C-Day und noch mehr. Wir wollen uns jetzt heute um die neuen Pokemon kümmern. Morgen ist nämlich der Elfte, morgen müssten die Boni aktiv werden im zweiten Teil des Events, wenn ihr hier mal guckt. Illuminierende Legenden X geht immer noch 7 Tage und 9 Stunden. Besondere wilde Event-Pokémon, 7 Kilometer Eier, Event-Feldforschung, besondere Raid-Bose, befristete Forschung und wir mussten ja 500 Millionen Feen fangen, um im zweiten Teil ab 11. ab morgen also Pam-Pam-Raids freizuschalten, die wir sicherlich auch bei Raids für Zuschauer dann machen werden, weil das vielleicht viele interessieren wird und das ein cooles Pokemon ist, um dreifach Fang-EP freizuschalten und das über so einen langen Zeitraum, dann nochmal sozusagen 7 Tage, nochmal dreifach EP mitnehmen. Die Leute rasten komplett aus, alle sehen schon Level 50 und natürlich Shiny Galaponita. Es gibt die ganze Zeit schon Galaponita-Raids, die Leute raiden und wundern sich, hä, das ist gar nicht Shiny, warum? Habe schon so viele gemacht. Weil es natürlich erst im zweiten Teil des Events freigeschalten wird, gibt es auch momentan den Feldforschungsdurchbruch. Ich bin da noch weit entfernt, ich habe nämlich letztens erst meinen abgeholt, aber egal, ich werde wahrscheinlich bei Ponita auch ein bisschen raiden, um meine Champion-Medaille voranzubringen. Alternativ habt ihr auch die Feldforschung, statt nur dem Feldforschungsdurchbruch, wo ihr das machen könnt. Müsst ihr auch ein paar Feen-Pokémon fangen oder so, dann passt das da rein. Und passend dazu, weil das eben morgen in die zweite Runde geht, wollte ich heute mal die neuen Pokémon, die wir jetzt in dem Event bekommen haben, entwickeln. Dazu gebe ich hier einfach mal Ente ein. Nein, okay, wir machen es anders. Wir geben mal ein Flauschling. So, jetzt habe ich hier Flauschling. Ihr wisst, wie ich das eigentlich immer machen möchte. Hier, ich nehme jetzt zum Beispiel den Pokedex her und sehe, ich habe jetzt bei Flauschling das Männliche, das Weibliche, das Lucky. Die Weiterentwicklung habe ich noch nicht, demzufolge auch nicht als Lucky, nicht als Männlich, nicht als Weiblich. Ich möchte immer perfektionistisch sein, deswegen versuche ich immer, männlich, weiblich, Lucky und so weiter zu entwickeln. Wir haben jetzt hier eins Ente genannt. Das ist ein männliches Lucky und die zweite Ente ist hier ein weibliches. Wenn ich die also beide entwickle, dann passt das schon mal. Jetzt steht hier aber zusammen, geht zusammen auf Abenteuer, um die Entwicklung auszulösen. Eigentlich ist das selbsterklärend, aber ich habe wieder viele Kommentare gesehen bei Leuten, hä, wieso kann ich meine Ente nicht entwickeln? Oder was muss man denn da machen, um das zu entwickeln? Ach man, das ist aber wieder fies von Niantic und so. Alle rasten aus, deswegen wollen wir mal gucken. Wir nehmen jetzt also, ich hasse das. Ich habe gerade so schön mein Buddy-Menü geregelt, dass wirklich alle, die fertig sind, ganz hinten sind und die, die gerade noch in der Bearbeitung sind, vorne sind. Jetzt schieben die sich vorne wieder mit rein, diese blöden. Wir probieren das aber trotzdem mal aus, indem wir Ente eingeben und probieren. Erstmal, wir probieren erstmal die normale Ente. Nicht das Lucky, sondern das. Dann habt ihr noch nicht so viel im Pokédex. Wir nehmen das also, gehen auf ein Abenteuer. Und jetzt, wenn wir im Abenteuer sind und ein weiteres Mal auf die Ende klicken, müsste ja jetzt zusammen irgendwas dastehen. Na ja gut, steht noch nicht, weil es ist noch nicht aktiv im Bildschirm. Also müssen wir jetzt auch hier mal was füttern und dem was mitgeben. Und jetzt ist die Kamera wieder an. Das heißt, AR-Modus muss aus, weil ich hasse den AR-Modus. Irgendwie unterstützt mein Handy das auch nicht richtig. AR-Core ist auch nicht da. Deswegen lieber einfach so. Seht ihr hier diesen verschmierten Bildschirm? Würde Natururin sagen. Ja, nicht ich. Ich sag sowas nicht. Wir packen einfach mal ganz fix eine goldene Beere hier drauf. Gucken mal, was das macht. Es freut sich auf jeden Fall riesig. Boah, wie sich das freut. Wir werden auch jetzt nicht weiter füttern und streicheln, weil ich will das ja nicht zum Based Bunny machen. Das ist jetzt mit mir auf ein Abenteuer drin. Wenn ihr versteht, was ich meine. Deswegen gehe ich nochmal auf Ente. Und jetzt steht da, gib deinem Kumpel 25 Snacks. Ist das nicht eine herrliche Aufgabe? Dass wer sich sowas ausdenkt, Also, wir gehen drauf. Eins. Zwei. Toll. Drei. Haben sie es? Warum schneidest du deine Videos nicht? Vier. Weil das gerade eine Liveaufnahme ist, sozusagen. Ich kann da nicht direkt was schneiden. Ich muss das immer so machen, weil die Datei von dem Teil, was ich hier habe, wird im Programm nicht erkannt. Nein, jetzt habe ich doch ein Foto gemacht. Der kriegt viel mehr Aufmerksamkeit, als er überhaupt verdient hat. So. Ich packe euch mal lieber hier das unten hin. Ich könnte jetzt auch raufstehen und rumlaufen. Damit ihr was von der Umgebung seht. Aber brauchen wir eigentlich nicht, oder? Brauchen wir Umgebung? Nein, wir brauchen keine Umgebung. Könnt uns nochmal hier das Auto angucken. Da ist mein Ferrari. Bruder. Damit fahre ich immer durch die Gegend. Vielleicht soll ich mich aufs Füttern konzentrieren und nicht auf andere Dinge. So. Wie viel haben wir schon? Habt ihr mitgezählt? Das ist auf jeden Fall sehr herrlich, das so zu entwickeln. Also. Ich finde es komplett nervig. Hätte man nicht schreiben können, fütter deinem Buddy drei Bären und dann kannst du ihn entwickeln oder so. Alle guten Dinge sind drei. Aber wir kennen das auch von anderen Sachen. Dann müsst ihr ein Kilometer laufen oder ihr müsst Raids absolvieren. Aber hier 25 Bären füttern und dann müsste ich eigentlich das gleiche gleich nochmal machen. Vielleicht hätte ich mit dem interessantesten anfangen sollen. Vielleicht hätte ich mit Viscogon, Gora, Viscora, mit Viola anfangen sollen und dann wäre das interessanter gewesen, als jetzt so. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, wie weit ich überhaupt bin. Es ist schön, dass es da auch eine Anzeige dazu gibt, die euch immer direkt sagt, was los ist. So, wir gehen wieder auf Ente. Wir sind bei 19. Oh mein Gott. Es ist halt immer noch so viel. Spielen. 19. Ey. Was sagst du dir? 19. Näh. 20. 1, 2, Polizei. 21. Lena, dir. Ähm. 22. Jetzt bin ich schon komplett. Alle Gags. 23. Gute Nacht. Ähm. Zwei Stück noch. 24. 25. Adi, los. Aus. Nicht aus eigentlich. Fass aber nein, nein. Aus. Du darfst da nicht drauf. So. 25 müsste das jetzt sein. Ich fütter lieber nochmal eine zusätzlich. Also. So entwickelt ihr die neuen Pokémon. Schnell und einfach. In Klammern Trick. Neuer Entwicklungstrick. So. Neuer Entwicklungstrick. Schnell und einfach. Genau. Grüße an BisaFanTV. Wir gehen nochmal auf die Ente. Wir gucken uns die Ente an. Und wow. Wir können die Ente entwickeln. Das heißt, wir gehen jetzt hier drauf. Möchtest du Ente entwickeln? Endkültig. Ja, Mann. Muss ich das wirklich antun? Und nochmal 25 Mal Bären füttern auf das andere drauf? Also. Also manche sagen, vielleicht ist das sehr unterhalten, wenn ich Pokémon fütter. Aber andere sagen, ey, ich will fix wissen, wie ich das entwickle. Junge, mach hin. So. Wir haben jetzt Ente entwickelt. Deswegen seht ihr das im Pokédex. Dass das jetzt eingetragen ist als weiblich. Wir brauchen aber noch männlich und lucky. Wir können jetzt auch den Namen mal wegmachen. So. Damit wir hier Sabernet drin haben. Das funktioniert. Jetzt habe ich vergessen, das andere zu beschriften. Toll. Ich bin so schlau. Komm, wir machen das mal ganz kurz. Wir gehen jetzt mal hier auf Kumpel wechseln. Wir suchen uns fix die andere Ende. Damit wir euch zeigen, wie das geht, wenn man das schneller macht. Füttern die 25 Mal. Ihr zählt fix mit. Dann haben wir das. In einer Minute sind wir durch. Ente. Du bist dran. Muss eh gefüttert werden. Wir hauen jetzt direkt eine goldene Beere drauf, dass es voll ist. Um auf der Karte zu erscheinen. Weil erst ab da zählt das vielleicht. Obwohl ich habe vorhin eine goldene genommen. Und dann stand eh schon eine 1 da. Wenn ich jetzt 3 normale nehme, bis das erstmal voll ist, habe ich dann schon 3 drauf. Und er zählt das dann trotzdem nicht. Egal. 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 2. 3. Einseitige Ernährung. Immer nur die gelben. 4. 4. Sehr gut. Müssen wir auch mal abwechseln. 5. 6. Jo Leute. Bleibt bedingt unbedingt dran bis zum Ende. Gebt schon mal einen fetten Elebo Drop auf den Like Button. Ja unbedingt bis zum Ende bleiben natürlich. Weil wir wollen ja eigentlich diesen komischen Schleimdrachen entwickeln. Und hier noch eine Pfütze her machen. Aber. Hä? Wie entwickelt man das denn? Ja das ist natürlich nicht so einfach. Ja da muss man auch schon mal lesen. Und. Was kennen wir aus den Streams? Chef. Der Mann kann nicht lesen. Und ich habe das all die Jahre nicht bemerkt. Aber schreib dich nicht ab. Deinstallier einfach die App. Genau. So ging das glaube ich noch. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm. Ich habe schon wieder vergessen mitzuzählen. Deswegen weiß ich nicht wie weit wir sind. Adi. Alles Gute. Ja. Das geht immer. Einfach ablenken mit der Katze. Die hat sich angetigert kommt. Komm du hast gerade fräsen gekriegt. Ja. Gab wahrscheinlich wieder. Ich muss gleich eigentlich los. Wir müssen die Sätze auch nicht zu Ende bringen. Eigentlich warte ich nur drauf. Dass wir gleich los können. Und können heute wieder Subtesten. Denn es ist heute wieder Subtag. Nach dem Salami und Schinken sind wir angekommen bei Thunfisch. Und das kostet sogar mehr als die anderen zwei. Ist da halt sowas heftigeres drauf. Ist Thunfisch so viel mehr wert. Man erkennt eh meistens nicht. Dass Thunfisch Thunfisch ist. Weil das einfach so klein und schmierig ist. In der Dose. Aber. Wir gucken jetzt nochmal nach der neuen Ente. Und sind bei. 22 von 25. Das müsste übrigens hier. Vom Hannes. Genau. Vom Hannes getauscht sein. 22. Hannes. Ist auch auf der Suche. Wir haben nämlich ein kleines Problem. Hab ich vorhin gesehen mit dem anderen. Hannes ist auf der Suche. Und hilft nochmal bei dem anderen mit. So. Drei. Vier. Dass der sich nicht die Zunge abbeißt. Ausgesehen. Fünf. Also der Name mit dem Sabber. Das passt ja bei der Weiterentwicklung. Obwohl die Sabbert ja eigentlich nicht. Der Sabbert ja nur. Und jetzt seht ihr das. Was ich immer mein. Andere Leute sagen so. Jo Leute. So entwickelt ihr das Pokémon. Das war's auch schon mit dem Video. Aber ich. Ich will mehr. Ich will da gleich. Wenn ich schon den Pugedex Eintrag hole. Ich möchte nicht nur einfach den Pugedex Eintrag. Ich möchte männlich. Ich möchte weiblich. Ich möchte Lucky. Ich möchte das alles ausgefüllt ist. Seid ihr auch so gierig. Und verfolgt den Gender Dex. Also wegen den Geschlechtern. Und den Lucky Dex. Also wegen den. Wegen den Glücklichen. Soll es ja doch noch geben. Auf der Erde. Ja. Wenn wir jetzt nämlich hier reingucken. Seht ihr. Wow. Es ist männlich. Weiblich. Und Lucky ausgefüllt. Beste. Wo gibt. Und jetzt kann ich euch gleich das erste weitere Problem zeigen. Was ich habe. Wenn ich nämlich Parfi eingebe. Wo ist mein Lucky? Ich habe. Wir nehmen einfach jetzt hier das höchste erstmal kurz. Ich habe ein Lucky Parfi. Sieht man hier. Ich habe männlich. Ich habe weiblich. Ich habe Lucky. Ich habe keine Weiterentwicklung. Und das Problem ist. Hatte ich nämlich auch mit dem Hannes getauscht. Der Hannes hat mir eins getauscht. Alle drei die ich jetzt hier habe. Sind männlich. 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 Hannes hatte mir eins getauscht. Das ist Lucky geworden. Und das war ein weibliches Lucky. Und das wäre optimal aufgegangen. Denn. Dann hätte ich wieder ein weibliches Lucky gehabt. Und ein männliches zum Entwickeln. Das weibliche Lucky ist jetzt aber irgendwie weg. Ja. Hier ist es doch irgendwie. Ne. Ich weiß nicht. Was passiert ist. Beim Aussortieren irgendwie. Ging das wohl verloren. Keine Ahnung. Eins. Eins. Ja. Was ist höher? Genau da hinten. Wir legen das jetzt einfach an. Darauf müssen wir jetzt leider verzichten. Ich kann jetzt also nur das männliche Parfi entwickeln. Werd dann im Anschluss irgendwie noch ein bisschen mit dem Hannes traden. Bis ich dann das zweite wieder hab. Und. Also bis ich nochmal ein Lucky davon hab. Zum entwickeln. Dann hab ich auch den Lucky Eintrag. Wenn das weiblich ist. Dann passt das noch perfekt. Ansonsten nochmal ein weibliches. Was man auch entwickelt. Würde auch gehen. Um Zeit zu sparen. Nämlich extra auch die goldene Beere. Leg das also auch als Buddy an. Das ist nämlich da auch so. Man muss mit dem auf ein Abenteuer gehen. Hier steht ja auch dann immer der Satz dran. Dein Kumpel geht jetzt mit dir auf ein Abenteuer. Der Buddy muss also auf der Karte sein. Und wenn wir jetzt dann noch gucken. Das hab ich gar nicht Ende genannt gehabt. Gehabt, kappt. Ähm. Würde mich das verarschen. Oder aber es geht zusammen auf Abenteuer um die Entwicklung auszulösen. Aha. Da kannst du jetzt noch drauf drücken. Dann klappt sich das aus. Verwende einen Rauch. Normalerweise wollte ich zeigen. Rauch. Okay. Und um das andere zu entwickeln. Muss ich noch einen Rauch nehmen. Dann bündeln sich die zwei Rauchs aufeinander. Aber es gibt einen kleinen Trick. Hab ich gehört. Und zwar. Könnt ihr statt dem Rauch. Weil Rauch ist verbrauchsgut. Ihr könnt auch einfach eine Meltanbox öffnen. Die zählt auch als Rauch. Sozusagen. Und die Meltanbox ist völlig kostenlos. Die Meltanbox kann jeder haben. Die müsst ihr nicht kaufen. Anders als Rauch. Den müsst ihr ja theoretisch kaufen. Wir öffnen die jetzt. Gucken mal, ob das funktioniert. Ich hoffe es. Sonst muss ich jetzt eine Stunde warten, bevor ich dann Rauch einsetzen kann und das entwickeln kann. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr eine Meltanbox bekommt. In der Beschreibung ist ein Link. Da steht auch dabei. Tutorial. Äh. Meltan. Wunderbox, wie man das bekommt mit Pokémon Home. Der App. Für jeden. Also ihr braucht keine Nintendo Switch. Das war früher so. Hier. Das können wir jetzt auch entwickeln. Das ist sehr schön. Entwickeln wir also das Parfi noch. Früher Nintendo Switch. Heute. Nix. Jeder kann sich eine Meltanbox holen. Und wer noch kein Meltan hat. Ihr kriegt eigentlich eins aus der Spezialforschung. Wenn ihr die abschließt, mehr zu Meltan. Aber eins wird nicht reichen. Meltan. Melmetal. Die Weiterentwicklung ist so ein krasses Pokémon. Wer noch kein Meltan hat, gönnt euch die Meltanbox. Die könnt ihr momentan alle drei Tage holen. Holt euch die. Farmt eine Stunde Meltan. Bis ihr ein gutes habt. Oder bis ihr genügend Bonbons habt. Dann entwickelt halt das Höchste. Dann habt ihr gleich einen dicken Klopper zum Angreifen. Stahl, Elektro. Der kann auch Steinhagel. Jetzt haben wir hier Parfinesse. Die sieht ja richtig. Interessant aus. Mit ihrer Schweinshaxe. Wie sie sich da dreht. Haben wir jetzt leider nur das männliche. Weil das weibliche Lucky ist ja weg. Sonst hätten wir das auch gleich noch mitgemacht. Jetzt haben wir hier auch die Meltanbox. Die läuft eine Stunde. Wir könnten jetzt hier theoretisch Meltan farmen und fangen. Das ist ein Meltan. Machen wir aber nicht. Deswegen gehen wir hier wieder weg. Und einen Kollegen haben wir noch übrig. Wenn wir auf Ente gehen. Bei dem können wir aber wieder alles machen. Wir haben hier ganz original ein weibliches Lucky und ein männliches. Irgendwie ist das sehr interessant, dass die männlichen immer die stärkeren sind. Und die weiblichen sind die glücklicheren. Aber klar. Männer sind Muskeln. Und Frauen sind halt. Die schillern halt. Also das ist nicht shiny. Aber es. Ja. Jetzt können wir mal hier drauf drücken. Da seht ihr wie Skora. Männlich. Weiblich. Lucky. Hier. Nix. Wie ist Kagott. Hier. Nix. Weil. Das letzte habe ich noch nicht mal gesehen. Ich habe es schon gesehen. Aber nur als Buddy. Und als Buddy bei anderen Leuten zählt das natürlich nicht. Da müsst ihr aber auch auf Kumpel gehen. Um das so zu entwickeln. Das geht erst mal so. Wir machen erst mal das so wie es so ist. So ohne sowas. Dass ihr seht wie sich das Stück für Stück füllt. Dann müsste man aber glaube ich ein Regenmodul zünden. Oder warten bis es im Spiel regnet. Ja gut ist ja klar. Da brauchst du ja kein Buddy. Stimmt. Wenn es im Spiel regnet. Hat ja mit dem Buddy nichts zu tun. Vergesst also alles was ich je gesagt habe. Wir haben das jetzt im Pokédex registriert. Das ist eine Schnecke. Mit grünen Augen. Hallo. Ich bin Schnecke. Was geht ab? Wir können es nicht entwickeln. Jetzt steht es auch da erklärt. Für jeden. Wiskagott kann sich nur entwickeln wenn es regnet. Oder du dich in der Nähe von einem Regenlogmodul befindest. Erfülle eine dieser Bedingungen. Um Wiskagott zu entwickeln. Das ist also ganz original. So wie es sein muss. Und deshalb werden wir jetzt hier. An diesem Pokéstopp. Das einzige Regenmodul zünden was ich habe. Was ihr aus der illuminierenden. Heftige Pokémon Forschung X bekommen habt. Wir zünden das jetzt hier. Da müsste hier gleich eine Pfütze entstehen. Wir gehen schnell rein. Entwickeln schnell die Ente durch. So. Ente entwickeln. Genau. Wiskagott zu Wiskagon. Ist ein. Ich habe gar nicht auf den Typ geachtet. Einfach ein Drache. Drache Gift würde ja passen. Wenn das hier so rumschleimt. Aber ich finde das hat auf jeden Fall was. Wiskagon. Nicht Wiskar. Wissera. Wer kennt es? Wiskagon. Das sieht gut aus. 3.155. Einfach Typ Drache. Weil ich das so geil finde. Gucken wir mal. Das würde insgesamt auf 3.963 kommen. Auf Level 40. Auf Level 50. Das haben wir nicht. Aber was wir haben. Wir pushen das direkt auf Level 40 mal hier. Dass es 3.505 hat. XL haben wir nicht genug. Trotzdem. 3.505. Feuer oder im Schlammboge. Lassen wir erstmal drin. Wir können uns jetzt den Pokédex Eintrag nochmal angucken. Ihr habt jetzt also das männliche registriert. Guckt es euch genau an wie das aussieht. Denn jetzt werde ich das noch reinholen. Werde das entwickeln. Und das entwickeln wir gleich zweimal durch. Zu Gott und zu Gon. Und dann haben wir die Folge im Prinzip abgeschlossen. Nach 21 Minuten. Oh mein Gott. Hätte ich theoretisch auch einfach ein Logmodul zünden können. Und eine halbe Stunde hier sitzen und nichts machen. Und dann noch ins Video in den Titel schreiben. Schnell und einfach. Eigentlich müsste ich so eine Parodie draus machen. Und deswegen sagen lange und kompliziert. Weil dieses 20 mal wechseln und dann da drücken. Und dann wieder hier füttern. Und dann wieder gucken. Und dann wieder dort. Und dann wieder den anderen. Und dann wieder so. Ich finde nicht, dass das schnell und einfach ist. Das ist lang und kompliziert. Aber keine Ahnung. Was ich jetzt exakt wirklich in den Videotitel reinschreibe. Muss ich mir da nochmal überlegen. Ihr seht jetzt ist alles ausgefüllt. Männlich, weiblich und lucky. Es tropft hier auch schön alles voll. Das ist herrlich. Und wir gucken mal ganz kurz, was hier im Regenmodul überhaupt spawnt. So wie es aussieht. Fritzlbits. Also Elektro-Pokémon. Ich habe die Beschreibung jetzt natürlich nicht mehr da. Habt ihr euer Elektro... Ach, habt ihr euer Wasser... Habt ihr euer Regenmodul effektiv genutzt? Und gemütlich irgendwie eine halbe Stunde gefarmt? Habt ihr da was Cooles dabei gehabt? Ich meine, Regen, klar, wird sicherlich Wasser-Pokémon anloggen und auch Elektro-Pokémon. Stahl hat ja aber auch... Also das Magnetmodul hat jetzt aber auch... Stahl und Elektro-Pokémon. Aber halt manchmal auch Gestein und so angelockt. So, ich werde jetzt in der Hibu-Gruppe noch gleich Bescheid sagen, dass hier gerade ein Regenmodul läuft. Falls jemand fix noch was zu entwickeln hat, kann er schnell hierher rennen vor das Haus. Kann sich verausgaben und kann dann entwickeln. Ich möchte nur die nächsten Spawn nochmal abwarten. Sieht auf jeden Fall lustig aus, wie hier einfach eine ganze Pfütze sich gebildet hat. Es hier so runter tropft. Ja. Und? Wir? Moonlight hat eingeladen zu einem Kampf. Das tut mir leid, mein kleiner Moonlight. Das kann ich jetzt leider nicht tun. Ach man! Gut, dann weg. Das ist... Das ist Meltan. Das braucht man nicht. Dann war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und habt ihr schon alle Entwicklungen geholt von den neuen Pokémon? Sammelt ihr auch männlich, weiblich? Sammelt ihr Lucky? Und wie findet ihr Viskogon als Pokémon? Ist das nicht cool? Dieser Schleimbatzen? Freut ihr euch? Das war es jetzt. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.